Musik Wer am Montag die Sonne sehen will, der muss früh aufstehen. Mittags und abends gibt es nämlich statt angenehmen Sonnenstrahlen nasskalte Regenschau. Zu Beginn der neuen Woche kommt die Sonne nur vereinzelt hinter der Wolkendecke hervor. Zahlreiche Regenschauer bestimmen den Tag. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 13 und 17 Grad. Am Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Auch am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Höchstwerte von bis zu 18 Grad sind möglich. Der Donnerstag steht im Mittwoch um nichts nach und bringt ebenfalls einen Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen von bis zu 18 Grad.